Dies ist eine Geschichte, die vor über 60 Jahren begann. Ferry Porsche konnte den Wagen, von dem er träumte, nicht finden. Also beschloss er, ihn sich selbst zu bauen. Einen Sportwagen ohne Kompromisse. Seitdem hat wohl jeder Porsche schon mal einen Traum erfüllt. Und das geht auch so weiter. Der neue Panamera. Ein viertüriger Gran Turismo für alle, die nicht von Kompromissen träumen. Für den Beweis, dass das echte Leben und ein echter Sportwagen sich nicht gegenseitig ausschließen. Und für einen weiteren Ehrenplatz in unserem Stammbaum. Der neue Porsche Panamera.